So Leute, heute bekomme ich Besuch von Wiener Berger. Die haben sich angekündigt, dass sie uns was zum Essen und zum Trinken bringen. Und schauen mal, ob sie einen Wort halten. Wiener Berger, Baustellenjause! Wer bist denn du? Ja, ich bin die Marina. Und mein Name ist ein Baustellen. Dein Sam? Grüß dich! Grüß! Hallo, Servus! Grüß dich! Ich hab den Hunger! Grüß dich! Wer bist denn du überhaupt? Ich bin auch die Marina, aber ich schau ganz anders aus. Schau dir auch gut aus. Was tut das da überhaupt für uns? Ich bebringe euch was zum Essen. Was macht man schönes? Schau mal, ich hab jetzt einen guten Leberkatz. Und was ich noch dabei hab? Ein Hühnerschnitzel. Ich sag recht herzlichen Dank an Reinhard, an Gerhard, an die Wiener Berger Crew. Juhu! Danke für Moschtob, Sonnenbrühen und die gute Jasen. Es seid cool. Dankeschön! Schau mal! 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 Schau mal!